Jo Freunde, willkommen zu diesem Video. Heute kam ein neues Update in Fortnite rein und dazu erstmal ein paar Infos und noch ein paar andere geheime Sachen, die teilweise schon viele Tage in Fortnite drin sind, wo ich mir relativ sicher bin, dass ihr die noch nicht wisst. Ich persönlich wusste Dynamich bis vor kurzem auch noch nicht. So, wir starten mal direkt heute mit ein bisschen Gameplay hier. Mal gucken, was ich so reißen kann. Schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr vielleicht mehr davon sehen wollt. Mache ich ja relativ selten. Wünschen sich teilweise einige von euch deswegen heute mal mit ein bisschen Gameplay. Und ja, ich fange gleich mal direkt mit der ersten Sache an. Ich mache nochmal eben die Troje auf und zwar die erste Sache betrifft das Klettern. Habt ihr vielleicht noch gar nicht mitbekommen, aber das Klettern wurde komplett geheim einfach geändert. Normalerweise klettern ja einfach so. Ihr springt so hoch, zack, dann seid ihr auf dem Boden. Einfach ihr springt, steht und danach könnt ihr einfach weiterlaufen. Ganz normal, easy wie sonst auch. So, was wurde jetzt geändert? Es wurde einfach eine Änderung zum Movement reingebracht. Ihr habt jetzt viel mehr Möglichkeiten. Passt auf. Ich springe zum Beispiel hoch mit einer Waffe in der Hand und dann kann ich schon in der Luft einfach Sachen machen. Zum Beispiel mich hier einfach drehen, klappt mit Controller jetzt so semimäßig, Maustastatur natürlich ein bisschen einfacher und ich kann sofort dabei auch aimen. Also wenn zum Beispiel ein Gegner hinter mir ist, den könnte ich einfach direkt in der Luft schon anschießen, was vorher halt nicht ging, weil vorher war es halt sehr statisch. Ich bin erst hoch und dann konnte ich halt erst aimen und das Ganze fertig machen. Von daher, das eine richtig heftige Änderung. Und dort kann man sogar noch Tricks mitmachen und die will ich euch mal kurz zeigen. Hab ich nämlich hier bei Face Matos gesehen. Passt auf, ich mach das mal kurz hier an. So, er macht das Ganze nämlich hier einfach. Er nutzt diesen Trick im Bearbeiten, im Bauen-Modus. Und ihr seht schon, er kann sich einfach komplett nach vorne werfen damit. Das Ganze ist jetzt halt auch mit dem letzten Update einfach reingekommen. Wusste keiner was von. Wahrscheinlich hat er es einfach so rausgekriegt, ein bisschen beim Üben. Er schreibt selber hier neuer Trick. Und ja, das Ganze funktioniert halt. Ihr könnt euch nach vorne schleudern, so 1, 2 Ebenen, weil ihr seht ja relativ weit. Und das Ganze funktioniert nicht nur gerade, sondern auch nach oben. Also richtig heftig hier. Denn so, wenn zum Beispiel euer Gegner einfach irgendwie 1, 2 Etagen über euch ist, dann könnt ihr einfach euch, wenn er hochgebaut hat, bearbeiten, hochspringen beim Klettern und ihn überraschen, ohne selber hoch bauen zu müssen. Von daher, das ist auf jeden Fall richtig, richtig heftiger Trick hier, der wieder im Spiel drin ist oder jetzt neu im Spiel drin ist. Und das wollte ich auf jeden Fall zeigen. Probiert es mal aus. Für mich lohnt es sich nicht, weil ich bin halt nicht so gut. Ich höre da Schüsse. Passt auf. Ich gehe, glaube ich, mal kurz hier raus. Das ändere ich mir nochmal eben. Mal gucken, wer rumschießt. Nicht, dass ich gleich hier direkt gekillt werde. Aber der war knapp. Nice. 62er. Erster Kill ist drin. Mal gucken, ob ich den anderen noch kriege. Der ist sehr, sehr weit weg. Sehr schwierig. Aber der ist gierig. Der kommt schon auf mich zu. Nice. 17er Hit. Perfekt. Ebenfalls gekillt. Gut, die ersten zwei killt schon mal drin. Kann so weitergehen. Ja, wie gesagt, ist komplett einfach geheim reingebracht worden. Dieser Trick hier, dieses neue Movement beim Klettern. Und probiert das mal aus fürs Bauen-Modus. Ich bin dafür ehrlich gesagt zu schlecht, weil ich nicht schnell bearbeiten kann mit Controller. Aber sicherlich die ein oder anderen von euch können das. Ebenfalls Monster-Staturspieler sind natürlich teilweise auch besser und schneller im Bearbeiten. Probiert es mal aus. Kann man einige gute Sachen mitmachen. Und ich glaube, im späteren Spiel, also im Late Game dann, kann das Ganze ordentlich Impact haben. Von daher, probiert das Ganze gerne mal aus. Dann würde ich sagen, komme ich weiter zum nächsten, ähm, zu der nächsten Sache, die jetzt im Spiel drin ist, beziehungsweise raus ist. Die ganzen Star Wars-Sachen sind nämlich jetzt auch wieder aus dem Spiel direkt rausgenommen. So war ja zum Beispiel auf der Map hier bei Greasy Grove, äh, irgendwo in diesem Bereich war ja Darth Vader mit seinem Raumschiff hier. Oder hier unten drunter. Ich weiß nicht genau. Irgendwo in diesem Bereich war der. Und Sturmtruppler waren ja auch auf der Map verteilt. Und dort habt ihr ja unter anderem die Waffen bekommen. Wie zum Beispiel hier das E-11 Blaster-Gewehr, das habt ihr bekommen. Dann natürlich hier die Lichtschwerter, habt ihr auch bekommen, sind auch raus. Die ganzen Star Wars-Truhen sind raus. Und ebenfalls noch hier der Schrottriss auch raus. Das war ja Ganze, äh, irgendwie mit Star Wars-Kooperation. Da kamen ja ein paar Star Wars-Sachen raus. Die Sachen sind jetzt auch aus dem Spiel raus. Bekommt ihr nicht mehr. Und ebenfalls Pulsweifel auch raus. Finde ich persönlich sehr schade. Aber aktuell auch nicht mehr im Spiel drin. Natürlich damit auch Darth Vader nicht mehr drin. Die ganzen Sturmtruppler nicht mehr drin. Die NPCs. Könnt ihr also nicht mal hin anquatschen. Ein paar Sachen von holen. Ähm, alles raus. Star Wars war ja nur die Luke Skywalker-Woche jetzt hier in dieser Woche verfügbar. Ich weiß nicht, ob das jetzt öfter kommt. Irgendwie mal für eine Woche irgendwie ein Thema rein. Was weiß ich, Star Wars, ob das jetzt nochmal kommt. Oder irgendwas anderes nächste Woche. Es sollen ja auch wohl noch Flugzeuge reinkommen. Wäre wahrscheinlich auch eine gute Themenwoche. Ähm, bin ich gespannt, ob das nächste Woche reinkommt. Es sollen ja noch Aufgaben sein mit Flugzeugen. Aktuell noch nichts von den Flugzeugen gehört von Fortnite. Deswegen bin ich gespannt, ob die überhaupt noch reinkommen werden. Oder hierher nicht. Also das schon mal die Sachen, die raus sind. Dann haben wir mal noch ein paar Sachen, die drin sind. Ich guck mal kurz hier, zu welchem Tresor ich am besten gehe. Weil ich hab hier schon drei Schlüssel gesammelt, wie ihr vielleicht gesehen habt. Ähm, müssen wir mal gucken. Ansonsten, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Genau. Sache, die neu drin sind. Es ist ein komplett neues Item jetzt. Einfach im Spiel verfügbar. Und zwar heißt das Ganze Vorratsrufer oder Dial a Drop in Englisch. Und ich zeig euch auch mal kurz, wie das Ganze hier einmal funktioniert. Beziehungsweise, was ihr damit überhaupt machen könnt. Ich wollte euch das eigentlich gerne zeigen im Spiel. Ich hab's aber nach zehn Minuten oder was immer noch nicht gefunden gehabt. Äh, sollte aber auf jeden Fall im Spiel drin sein. Er hat's auch zum Beispiel gezeigt hier. Sieht so aus. Ist episch. Und ich lass das einfach mal laufen. Ist quasi einfach so ein Walkie-Talk hier, was man hat. Man kann's dann hier quasi einmal rufen, ne. Und dann, seht ihr, haben wir drei Auswahlmöglichkeiten. Einmal Supply Drop, also ein ganz normaler Vorratslieferung, die runterkommt. Und dann haben wir noch zwei weitere. Und zwar hier ein Health Drop. Also quasi Medikids, Schildtränke und so weiter. Seht ihr selber hier. Schild Supplies oder Shield Supplies. Und hier haben wir noch ein Vehicle Drop. Und dort kommt dann einfach ein gemoddeter Pickup-Track raus, der schon Reifmatt-Dicke und vorne den Kuhfänger. Und ich lass das mal laufen. Ihr könnt euch einen von den drei auswählen, je nachdem, was ihr braucht gerade. Er macht zum Beispiel einfach den normalen. Äh, Drop hier, die normale Vorratslieferung. Und ihr seht, das Ganze kommt halt vom Himmel. Also wie normal auch. Heißt, die kommt nicht sofort runter, was ich besser gefunden hätte, wie zum Beispiel eine Rette die Welt. Nein, ihr müsst warten oder die dann gegebenenfalls runterschießen, damit das Ganze schneller funktioniert. So, wir gucken mal rein. Lohnt sich schon, weil, ihr seht, es gibt aktuell wohl immer eine legendäre Waffe, die ihr kriegt. Dann natürlich, ähm, was zum, zum Heilen, was zum, äh, Schildaufbauen und hier was zum Fortbewegen. Von daher, die lohnt sich schon, muss ich ehrlich gesagt sagen. Aber wie gesagt, die findet man halt sehr, sehr selten aktuell. Und ich persönlich hab noch keinen einzigen gefunden. Ich hoffe, ich find jetzt noch einen im Tresor drin. Bin extra jetzt hier hingelaufen. Ähm, ja, muss man einfach mal gucken, ob ihr einen findet. Normalerweise sollen die einfach in Truhen drin sein. Ich hab, wie gesagt, Truhen durchsucht jetzt die ganze Zeit hier schon, zehn Spiele lang, locker, ein, zwei Stunden, nichts gefunden. Wir gucken mal, ob wir noch was drin finden. Okay, nichts drin. Schleimwerfer ist übrigens immer noch im Spiel, falls ihr euch da fragt. Ansonsten, ähm, hier die Hüpfburgen sind auch noch im Spiel. Und hier ist aber erstmal nichts drin. Vielleicht noch eine gute Waffe, die ich gebrauchen kann. So, und das war's auch, glaub ich, schon. Okay, eine Truhe haben wir noch. Machen wir auch nochmal eben auf. Ne, ähm, ja, das nehm ich auf jeden Fall mit. Aber wir haben diese Vorratsrufung, dieser Vorratsrufer, nichts drin gehabt. Kann ich euch leider nicht mehr im Game jetzt so zeigen. Aber ich denke mal, ihr habt's verstanden, wie das Ganze funktioniert und was man da mit machen kann. So, ich guck nochmal eben. Weil normalerweise würde ich gerne noch hier irgendwie ein paar Kills machen und das Spiel noch zu Ende bringen. Bisher einfach seit Anfang kein Gegner mehr wirklich gesehen. Mal gucken, ob ich jetzt noch einen finde. Ansonsten in der Zeit zeige ich euch nochmal kurz eine Neuerung, die noch reinkommt. Und zwar betrifft das Ganze FNCS. Es ist ja morgen, ne, heute sogar, äh, läuft, glaub ich, sogar schon, ist ja ein Community Cup. Langsam FNCS starten wieder. Und dort gibt es auch eine Sache, die jetzt für die neue FNCS neu ist. Und das ist einfach eine In-Game-FNCS-Trophäe, die schon entschlüsselt worden ist in den Files. Hier sieht es so aus. Ich weiß nicht, ob das einfach dann ein Rucksack ist, denke ich mal. Aber das Ganze wurde auch sogar noch, ähm, im Original, in Echt halt erstellt. Von Swarovski ist quasi ein Pokal, den man bekommen kann und ist richtig, richtig heftig gut. Gefällt mir echt gut. Ich würde da mitmachen. Wenn ich eine Chance hätte, habe ich leider nicht. Ähm, ja, sollte man auf jeden Fall mitmachen, weil die ist echt nice. Und die Chance sollte man sich auf jeden Fall nicht entgehen lassen, weil das lohnt sich schon, wenn man die bekommen kann. Vor allem, man im Spiel wird es super, super selten werden. Bin ich mir, oder bin ich fest von überzeugt. Ist ja auch bei der Spitzhacke so, bei der FNCS-Spitzhacke. Von daher, das super krasse Items, die man so eigentlich nie sehen wird. So, ich werde schon direkt angeschossen hier. Jetzt geht's langsam los. Der erste Gegner, den ich hier sehe. So, da ist er. Ach, was war das denn? Pass mal auf, ich schieße einfach mal auf den Stein. Da hin. Lol, was ist mit dem Stein passiert? Okay, ich werde direkt von, ach, komm. Direkt von rechts wieder weggebeamt hier. So, ich gehe mal kurz hier noch ein bisschen, was brauche ich noch? Wartet mal. Ich werde jetzt einfach mal hier stehen und dann gucke ich gleich mal. 15 Spieler noch aktuell im Spiel. Ich denke mal, das könnten wir sogar noch schaffen. Ansonsten, war es das eigentlich erstmal eine Änderung für das Update? Da wisst ihr schon mal Bescheid jetzt. Ein paar neue Sachen und vor allem, diesmal gab es keine Ankündigung, keine Neuerung, oder sonst was, dass wir da Bescheid wissen, was wirklich genau alles reinkam. Kann durchaus sein, dass noch was im Arena-Modus geändert worden ist. Irgendwie ein paar Änderungen, Bugs und so. Aber denke ich nicht, weil sonst hätte vonart was geschrieben. Deswegen das alles, was ich mir so zusammengesucht habe, was man jetzt von dem Update weiß, war ja nur ein kleines Hotfix-Update. Nächste Woche soll, ach, vergessen zu drücken, nächste Woche soll nochmal ein großes Update kommen. Das soll, stand jetzt wohl, das letzte Update in dieser Season werden. Und da bin ich drauf gespannt, weil es sollen da noch Flugzeuge reinkommen. Da gibt es ja noch Aufgaben zu. Es sollen noch ein paar andere Stuff reinkommen. Und, ähm, ja, danach kommt schon dann direkt die neue Season fängt, glaube ich, am 3. Dezember an. Ist ja dann Weihnachts-Season. Ich denke mal, vorher kriegen wir auch schon ein paar Weihnachtssachen noch, weil, ist ja am 1. Fasten fängt ja quasi schon immer hier so die Weihnachtszeit an mit Advent und so. Deswegen, ähm, kann ich mir vorstellen, dass da schon vielleicht schon vorher was kommt mit dem nächsten Update dann. Nächste Woche, Dienstag kommt das. Dann kommt nochmal ein Video von mir zu dem Update. Ansonsten, ähm, ja, bin ich auf jeden Fall drauf gespannt. Irgendwo ist da, okay, da ist er. Irgendwo habe ich nämlich gerade einen Gegner noch schießen hören, habe ihn aber nicht gesehen. Jetzt weiß ich, dass er beim Pizza Pit rumlungert. Und da gucken wir mal, dass wir den jetzt vielleicht einmal holen. Weil von links kann eigentlich keiner mehr sein. Die Zone ist komplett dort und es sind nur noch zehn Spieler. Ja, ich trage da nur jeden, jeden 15. Schuss. Egal, den könnte man sich gleich nochmal holen. Ansonsten habe ich eigentlich eine gute Position. Eigentlich nur der und die restlichen Leute müssten eigentlich rechts sein. Hier dürfte keiner mehr sein, der mich irgendwie ab... Ich wollte gerade sagen, hier dürfte keiner mehr sein, nämlich abschießen könnte, weil links ist keiner und da hat sich links einer auf dem Dach versteckt. Okay, das auf jeden Fall dazu. Platz 9. Das zu dem Update, das zu dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann like da lassen und bis zum nächsten Video. Haut rein und ciao.